Jose, machen die Geschichten der Anrufer, Publikum etc. was mit dir oder stehst du denen neutral gegenüber oder denkst du dir, die Spinner drehen verrückt wie ich? Sowohl als auch, je nachdem wer an der Strippe ist. Ich habe schon gedacht, bei manchen Jungs, Alter, du bist so bekloppt wie ich, dann habe ich das aber auch gesagt. Ansonsten, ja, macht was mit mir auf jeden Fall. Wir spielen oft halt auch, nicht immer und zu 100 Prozent, aber sehr oft große Emotionen eine Rolle, Verlustängste, Lebensängste überhaupt, Unsicherheiten, Unzufriedenheiten. Und ja, das macht schon was mit mir, wenn sich jemand mir so anvertraut. Und ja, im Grunde irgendwie auch ein bisschen Hoffnung vielleicht in seinen Anruf oder in den Kontakt setzt, um Hilfestellung zu bekommen oder Sonstiges. Ja, das macht was mit mir. Und in den ersten Live-Folgen, wo wir das mit den Telefonaten gemacht haben, war das sogar ganz extrem. Die ersten zwei Folgen, die wir gemacht haben, die hießen noch nicht Better Call Sick. Die ging jeweils vier Stunden und ich hatte einige Anrufer dran, die ziemlich ins Detail gingen und richtig schwere Kosten mitgebracht hatten. Wo ich, nachdem wir aufgelegt hatten, echt nicht abschalten konnte und überlegt habe, was macht der denn jetzt so? Und ich ein schlechtes Gewissen irgendwie hatte, dass wir im Grunde einfach aufgelegt haben und ihn wieder alleine in seiner Position zurücklassen. Das hat insofern nicht nur was mit mir gemacht, sondern mit meiner ganzen Redaktion, dass wir darüber nachgedacht haben, ein großes Auffangnetz unter dieser Sendung zu spannen und so weiter und so fort. Aber letztendlich sind wir zu dem Entschluss gekommen, ich habe es mehrfach gesagt und ich betone es auch hier wieder gerne, Leute, ich bin ein knapp 50-jähriger, süchtiger Ex-Knacki. Ich habe kein Psychologiestudium hinter mich gebracht oder auch kein Sozialarbeiter-Training oder Sonstiges. Ich berichte immer nur aus meiner Lebenswelt und aus meiner ganz persönlichen Erfahrung. Und wenn ihr euch davon was mitnehmen könnt, dann ist das super. Aber setzt nicht zu große, also ich bin kein Fachpersonal, glaubt das nicht so. Das ist mein Ding. Aber ich bin gerne dazu bereit, im Austausch mit euch den Ball hin und her zu kicken, um dann nach und nach immer einen Schritt weiter zu kommen und dann vielleicht mal auf den Punkt zu kommen, okay, das könntest du tun, das kannst du machen oder probier dies oder jenes einfach mal aus. Das ist alles. Gleich und gleich gesellt sich gern und wir helfen uns auch gern. Das ist alles.